Viele Würstelbuden und sowas angebracht wurden, nein, man geht ganz gemächlich miteinander um, fotografiert sich gegenseitig und der Ron Robles, der hat natürlich jetzt einen Konkurrenten, weniger, zwei sogar, denn im 110 Meter Hürden, Durchgang sind Terence Rimmel und natürlich Juxiang ausgeschieden, wie alle mittlerweile wissen, das war ja die Top-Meldung des Tages. Würstel ist auf Deutsch Würstchenbuden, ja, Frittenbuden, kann man das auch so sagen, ich weiß nicht, was ich...